Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und seid grüßlichst geherzt hier im allerersten Teil meines Williams Pinball Classics Let's Plays. Ja, heute gibt's mal was ganz, ganz Außergewöhnliches, eigentlich, was ich so nie bis jetzt gespielt habe und zwar... Medieval Madness! Äh, flippern. Ja, gut, Moment. Gorgar! Boah, das klingt ja sehr, sehr... Medieval Madness! Äh, ja, ich probier jetzt einfach mal das erste gleich, was die mir empfehlen, das nehm ich jetzt. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt weiterläuft. So, wie heißt es jetzt hier? Okay. Benötigte Kredits, äh, fünf Spielen. Ja, okay. Aha, ich habe 19 Kredits. Okay, gut, super. Fortfahren, ja klar, machen wir. Groß! Hei, hei, hei. So, okay. Aha. Aha, so geht das jetzt, haha. Jetzt habe ich jetzt mal gar nicht gecheckt, wie man die, äh, die, 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 die Flipperarme bewegt, ne? Oder wie sagt man dazu? Flipperarme, ne? Uah! I'm getting really hot up here! Ja, also, ret, ret, ret. Hä? Okay, probieren wir noch mal weiter. Das ist Skillshot. Ich verstehe da gar nichts, Leute. Was? Oh, ey, ey, ey. Okay. Boah, ist das aufwendig, ey. Nein, schon wieder! Okay. Wow. Okay. Äh, ja, klar. So, dann machen wir weiter. Ich hoffe, ich dauere das jetzt ein bisschen länger. Ah, ja, klar. Oh, nein. Ajde, wicka. Wow. Nein. Oh, nein. Was? Was ist das? Was? Was? Schon wieder! Okay. Schön. Oh, meine, meine, meine! So, dann geht's hier. Okay. Ja, was willst du mir jetzt damit sagen? Aha, ich kann noch mal spielen hier, okay. Soll ich noch mal? Ja, problem. Okay, willkommen. Jetzt will ich sie immer noch nicht... Was passiert jetzt da eigentlich? Äh... Oh, Mann, bin ich gröckenschlecht! Das ist ja peinlich, was ich mache. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Nein! Oh. Nein! Nein! Mann, was ist das? Ich drück auf den Knopf, aber die Träger bewegen sich irgendwie nicht. Keine Ahnung, was ich dann falsch mache schon wieder. Ja! Okay. We are not on you! We are not on you! We are not on you! Woah. Woah! Please save me! Woah! Sir Lastless charges the center lane! No! Ah! Eh! Woah! Woah! Look out! There might be trolls about! I thought I locked that gate! Woah! 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 Ich habe ein bisschen wieder Glück gehabt. Ups! Nein! Haha! Ich habe wieder voll pein gehabt. Mach! Hey! Super! Ich werde jetzt nicht... Match auf die! Hä? Spieler 1! Okay, das bin ich, ne? Mit... Ein guter Ende geben, das glaube ich zumindest. So, was sagt mir jetzt das? Okay. Und nun? Oh! Nein Leute! Ich weiß es nicht, ob ich dann nochmal... Soll ich oder soll ich nicht? Ja! Ah! Welcome to my realm! Was? Kunstschuss? Wow! Oh! 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 Wow! Oh! Oh! eins locket nein warum ich drück auf den knappes und das ding bewegt sich nicht das ist doch nicht normal ja schön und jetzt oh oh das gibt's doch nicht Boah, mein Controller vibriert wie verrückt Boah, mein Controller vibriert wie verrückt Was mach ich denn da? Ach, bin ich ein doofy, echt? Ah Okay Was sagt mir jetzt bitte? Nix Okay, Leute, ich glaube Ich bin jetzt so weit so gut durch, ne? Also mehr geht er, glaube ich, jetzt gar nicht, oder? Ich war schon erfolgreich, sagt er benötigte Kredits. Sorry, sie haben nicht genug erforderliche Kredits. Okay, Leute, ja. Dann würde ich mal sagen, so als erstes Gedattel erreicht das jetzt. Muss ja erreichen, weil ich darf ja nicht mehr weiterspielen. Jetzt muss ich mich da so ein bisschen einstudieren. Warum, weshalb das so ist. Keine Ahnung. Ja, Leute, ich hoffe, dein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr mich gerne abonnieren und Glöckchen tracken. Wird ja nicht vergessen, dann werdet ihr mir schön benachrichtigt. Sobald ich wieder was Neues vielleicht hochgeladen habe von diesem Video. Hoffentlich gibt es eine Fortsetzung, weil ich habe jetzt keine Ahnung mit diesen Kredits, was die von mir wollen, wie es da weitergeht. Ja, Leute, danke fürs Zusehen. Bleibt anständig und vor allem sauber. Heißt doch, bitte nach dem Essen Achselhöhlen wahrscheinlich vergessen. Also bis dann. Tschö, Papa.